Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal Robins Finanzwelt. Heute habe ich mal wieder ein Update zur BYD Aktie für euch dabei. Wir schauen uns hier so ein bisschen was an und ich kann euch schon mal verraten, heute geht es so ein bisschen um das Luxus-Segment. Bei BYD hier ist ja einiges passiert. Dann schauen wir uns natürlich auch den Chart gemeinsam an, was hier auch jetzt so in den letzten Monaten passiert ist im Chart und gehen dann auch so ein bisschen auf die Ergebnisentwicklung ein und wie es zukünftig geplant ist von BYD. Ja und bevor wir jetzt starten, würde ich mich natürlich mega freuen, wenn ihr jetzt gerne ein kostenloses Abo da lasst und auch gerne die Glocke aktivieren, um hier kein Video mehr zu verpassen, würde mich mega freuen an dieser Stelle. Ja und dann starten wir mal direkt rein. Wir schauen uns jetzt mal den Chart zusammen an. Wir stehen aktuell bei 26,66 Euro, haben hier ein moderates Plus von 0,04 Prozent. Wir hangeln uns ja gerade so knapp über der 50-Tage-Linie. Das sollte auch unsere nächstgelegene Unterstützung sein. Die scheint momentan zu halten. Widerstandszone wäre hier in lila die 200-Tage-Linie. Hier absolutes Jahreshoch und auch All-Time-High. 41,59 Euro, wie wir hier sehen können. Und das Jahrestief lag bei knapp über 20 Euro. Das sollte hier auch eine starke oder ganz, ganz starke Unterstützung sein. Momentan ist der Trend eigentlich wieder ganz gut. Wir konnten uns hier von knapp unter 24 Euro wieder hocharbeiten. Und wir schauen uns jetzt mal auch so ein bisschen den Newsflow an, was hier gerade aktuell passiert. Wie gesagt, im April kommt man noch nicht so ganz in Fahrt. Man ist irgendwo so gerade am Suchen, wo die Reise hingehen soll. Und jetzt kann aber hier vielleicht die neu eröffnete Automesse in Shanghai verschwungen sorgen. Da hat BYD nämlich neue Modelle präsentiert. Man hat hier jüngst unter der neuen Luxusmarke Yangwang eben einen Supersportwagen namens U9 vorgestellt. Und damit will man hier die Dominanz im Massensegment eben aufbauen. Und mit den schlanken Linien und mit dem Heckdiffuser und auch Spoiler soll das Design und auch die Leistung des Autos eben verbessern. Also das heißt, das Ganze hat hier schon eine Funktion von BYD. Und es ist ein künstlerischer Ausdruck, der einfach Energie und Schönheit, die es nun dieser aufregenden neuen Ära gibt, eben hier so laut Ecker. Das ist eben der Chefdesigner von BYD. Und man hat auch weitere Details zu dem SUV U8 bekannt gegeben, der mit einer einzigen Ladung 1000 Kilometer weit fahren kann und ungefähr 1,1 Millionen Juan kostet. Das sind umgerechnet dann schon 160.000 Dollar. Also das ist dann schon eine Hausnummer, da bewegen wir uns schon wirklich im Luxussegment. Aber wie gesagt, ich finde 1000 Kilometer für einen SUV sehr, sehr stark. Man darf nicht vergessen, was der Gewicht mit sich bringt. Und hier 1000 Kilometer Reichweite mit dem Akku zu schaffen, finde ich eine mega Leistung. Ob das Ganze dann auch wirklich erzielbar ist, ist wieder eine andere Sache. Aber auch wenn wir hier von 800, 900 Kilometern Entfernung sprechen, ist das auch, finde ich, eine Spitzenleistung. Und so ein bisschen vielleicht zu einer Einschätzung auch, die aktuelle Reichweite bei den neueren Elektroautos liegt jetzt eigentlich so knapp nur zwischen 400 und 500 Kilometer. Das heißt, wir haben hier wirklich das Doppelte. Und bis zum Jahr 2025 soll zumindest laut Statista hier die durchschnittliche Batteriereichweite von E-Fahrzeugen auf knapp 784 Kilometer ansteigen. Das heißt, in den kommenden zwei Jahren soll hier ganz, ganz viel passieren. Und da ist BYD jetzt schon ganz, ganz vorne dabei, beziehungsweise für mich auf Platz 1, was das Thema betrifft. Und darauf hat grundsätzlich auch die Aktie ganz gut jetzt eben reagiert. Man bleibt auch weiterhin optimistisch für BYD. Man steht natürlich auch auf operativen Ergebnis sehr, sehr gut da. Und wie gesagt, man hat auch hier jetzt die 50-Tage-Linie überwunden. Und man muss mal schauen, wo die Reise hingeht, auch wie das Luxussegment hier bei BYD ankommt. Und wie gesagt, sie sind ja auch schon bei uns in Deutschland erhältlich. Ich bin wirklich gespannt, was da BYD noch bereithält. Ich finde sie auch designtechnisch sehr, sehr toll gestaltet. Also mir gefallen die Autos von BYD. Ihr könnt mir gerne mal in die Kommentare schreiben, wie ihr das Ganze seht, jetzt auch mal bezüglich des Aussehens der Autos. Dann schauen wir uns jetzt, wie versprochen, noch die Ergebnisentwicklung an. Und hier soll es wirklich rasant vorwärts gehen. Wir sehen hier auch, die Umsatzrendite soll schön gesteigert werden. Und auch die Umsätze. Letztes Jahr irgendwo bei 424 Milliarden. Das Ganze natürlich immer in der Heimatwährung. Bis 2025 soll das Ganze schon mehr als verdoppelt sein. Also mehr als eine Verdoppelung des Umsatzes innerhalb von drei Jahren auf 901 Milliarden. Auch die Umsatzrendite soll sogar in Richtung der 6%-Marke nach oben gehen. Und auch die Nettomargen sollen bis hin zu 5% gesteigert werden können über die kommenden Jahre. Und wie gesagt, alles in allem hier wirklich auch ganz, ganz gut. Und auch die Free Cashflow Conversion liegt hier so im Bereich um die 63%. Das heißt, wir sehen es hier oben. Wir sind wirklich sehr, sehr, oder man geht hier von sehr, sehr starken Zahlen und Ergebnisentwicklungen für die Zukunft aus. Das Ganze sind natürlich nur grobe Schätzungen aufgrund der aktuell basierten Zahlen. Vielleicht fällt das Ganze sogar besser aus oder auch einen Tucken drunter. Aber es ist mal so ein grober Richtwert. BYD ist weiterhin auf einem richtig starken Weg. Und ich bleibe für euch weiter dabei. Und wenn euch mein Video und mein Kanal jetzt gefallen hat, dann lasst doch jetzt kein Abo da. Gebt dem Video vielleicht noch einen Daumen nach oben, um mich zu unterstützen. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Video. Bis zum nächsten Mal. Ciao.